Nach der politisch heiß umstrittenen Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland wurde die Bundeswehr geschaffen und die hat halt auch ein paar Soldaten gebraucht. Denn es fiel da nichts besseres an, als gucken, ob es in Germersheim auch noch ein paar gäbe, die man dazu verwenden könnte. Und so flatterte ein Brief ins Haus, dass wir uns zur Musterung einfinden sollten. Ein paar alte Knacker besichtigten in der Stadthalle Germersheim unsere Revue-Körper auf ihre Schönheit, äh, äh, Werttauglichkeit. Mit Bullerwagen, auf dem ein Festchen Bier gelagert war, zogen wir durch die Straßen der Stadt. Der Rand des alten Springbrunnenbeckens, ohne Wasser allerdings, am Königsplatz, ermunterte die nun schon recht müden zukünftigen Krieger zum Versammeln und Ausruhen. Und dann wurden wir zu Killern ausgebildet. So, und wenn das jetzt zu schnell war, dank Computertechnik ist es möglich, diesen Film noch etwas zu verlangsamen, sodass ihr mehr Zeit habt, ihn noch einmal anzugucken. So, wir haben jetzt, wenn die in Settung gibt, wir reden, dann wird das in Settung geholfen, um eine Minute zu verlangsamen, dann wird das in Settung geholfen, um es anzugehen, um es eine große Stattung gibt und es ein wenig, das ist eine große Schattenhafte, die Zeit erfolgt, mit der Schatten auch um es in Schatten für die Schatten mit der Schatten. Also wir haben, uns zu sehen, ob wir stehen zusammen und in Settung verbunden sind, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.